Und wie lange spielst du schon, Tim? Ähm, drei Jahre vielleicht. Ich habe ein bisschen Pause gemacht und jetzt will ich noch mal beginnen. Wie gefällt es dir denn hier in Jumal? Ja, mir gefällt es sehr. Also, es ist ganz anders hier als in Österreich. Und jetzt werden wir gegen Jürgen El Sarabi spielen. Sind wir bereit? Jürgen, herzlich willkommen. Danke. Was braucht ihr, um ein guter Spieler zu werden? Erstens braucht ihr Talent. Ich meine, es ist in everything you think you do. Du musst dich talentiert für was du machst. Und dann musst du hart arbeiten. Ich meine, arbeiten hart ist immer der Punkt, um gut zu performieren. Wenn du nicht hart bist, dann wirst du nichts erreichen. Wann hast du angefangen zu spielen? Als ich acht Jahre alt war. Es war ziemlich late, weil ich habe schon socker gespielt. Socker? Ja. Du magst socker? Ich mag socker. 2 3 4 5 6 7 8 8 9 Thank you very much! Getting ready for the week, it's always important, when you go somewhere, that you get enough practice, that you get used to the conditions and this is what I do today and I have another day tomorrow and I start Thursday. Well, I really love it here. I mean, it's a beautiful place. It's one of the most special places to come. I mean, you have a great tournament, you have always a good crowd, you have the beach next to it. You start at 5, so you have a lot of time to relax. So you can really enjoy playing tennis and also being on the beach. We wish you all the best! Mr. Jürgen Melter! I'm the best! It's home, it's home, and you have a great country, Yeah! This would be our best! This time, Untertitelung des ZDF, 2020